Es kann jeden treffen, ohne Ausnahme. Wenn der Feind sich in deinem Kopf befindet, ist es schwierig, den Kampf allein zu gewinnen. Angst, Wut, Einsamkeit und Scham werden ständige Begleiter und es erscheint alles um dich herum, stürzt ein. Dann endlich eine Begegnung, menschlich und authentisch, mit Empathie und offenem Ohr. Eine Beziehung, in welcher die richtigen Worte die Hoffnung entfachen, dir Unterstützung geben und die dir Vertrauen geben und in jene, welche dir helfen werden. Dir wird bewusst, dass jeder Tag wichtig sein wird, um neue Wege einzuschlagen. Schritt für Schritt, ohne Eile, hin zu einem Neubeginn. Langsam wirst du im Tun deine Motivation finden. Dein Selbstbewusstsein wird wachsen, wird dich dazu bringen, nicht aufzugeben, um deine Ziele und Wünsche zu erreichen. Und dann beginnt die Veränderung, die dich stärker für die Zukunft macht. Und du wirst nicht mehr sein wie früher, weil du endlich gelernt und akzeptiert haben wirst, dass du aus Licht und Schatten bestehst. Schritt für Schritt für Schritt. Wo Kelly-Win partie in picture- beschäftigt. Und du wirst nicht mehr so wie früher, weil wir dürfen denве, weil wir auch Kolkinten 1. Dieseική Gerteiner von 617-659- grindem veilig. Und du wirst nicht mehr so wie martyrs, dass du im Tunhouse ein officierendes Herbst überhaupt nicht mehr so wie更 sucker nude. Vielen Dank.